Neben dem Sushi-Restaurant Takara. Okay. Okay, okay, okay. Ich glaube, ich bin da vor uns dran vorbei. Nein, bist du offener Typ, du? Tja. Ah! Von so aus hab ich hier noch nicht so aus. Skippy? Ja, ich habe einen Schwenker. Ja. Ich habe mich über die Sonne aus dem Wind, und habe mich über die Schwenker in der Luft geflügel. Ja. Wie war es denn? Es war ein Schwenker, mit dem Schwenker in der Mitte. Ich habe einen Schwenker gesehen. Ich habe den Schwenker gesehen. Ja, ich habe das so aus. den Ort der Mörder meines Vaters drin ist das Jermann Halski Schienkirchen so die Eri macht sich fix noch ein Schnitzschirr Wie ich es noch ein Schnietchen mache und sich freuen. Die Katze ist ja gerade irgendwie absent. Muss ich hier mal schnell handeln. Aber das Tolle an Katzen ist, man kann sein Schnietchen mal alleine lassen und man kann sich drauf verlassen. Das Schnietchen wird weg sein, wenn du wieder kommst. So, und jetzt besuchen wir mal unseren guten Buddy Tom Clay. Im Übrigen, Halle an alle... Halle, Halle, Halle an... Hallo an... Ich habe eine Katze hier. Und ich weiß, wie ich sie benutze. Also, hallo an alle die, die gerade da sind. Und die, die mich vielleicht noch nicht kennen. Wir spielen Shenmue, auf Wunsch vieler Leute. Und jetzt besuchen wir mal den Reggae-Boy Tom. Hey Tom, hey Tom. Kann es sein, dass du mir da was verheimlicht hast? Hey Tom. Kann es sein, dass du ein Problem hast? Ja, was ich jetzt? Ja, ich muss mich über die Hände zacken. Sag ich euch. Was? Ich habe gesagt, dass ich mich über den Bruch verraten. Ich habe den Bruch mit einem Schauspielern. Ich habe den Bruch mit einem Schauspielern. Ich habe den Bruch mit einem Schauspielern. Warburg? Was ist das? Warburg? Warburg, was sind die Sache? Okay, ich bin so. Okay, reden Sie. Was war das? Aber ich habe mich sehr angeschaut. Ich habe das erste Mal schon so cool. Ich weiß nicht, was ich daran erinnere? Nein, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Entschuldigung, ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Chinane... пробuoles auch hier. Ah. Ich habe dich als Republicos gemütztato. Ich muss also später wieder vorbeikommen Ja, wollte ich gerade Natürlich nur, wenn ich noch weiß, wie es nach Hause geht Ich bin mir da ehrlich gerade nicht so sicher Und jetzt kommt's einmal im Kreis gelaufen Ah! 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 Okay. Ich schwöre euch, wir werden noch viel Spaß mit dem Spiel haben. Ich habe nämlich einen echt schlechten Orientierungssinn. Ähm, dann da kam ich und dann bin ich hierher. Na. Ja, ich hoffe, ihr werdet viel Spaß haben. Ich will euch doch unterhalten und nicht langweilen. Das wäre doch Puching. Ja. Huck! 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 Ich bin jetzt der Tag für mich, so interessiert. Ich bin jetzt sicher. Ich bin jetzt am 13. bis dahin. Ich habe nicht so zu sagen. Also bisher hat das so ein bisschen Persona-Feeling, also so von wegen, als müsste man wir wirklich im Spiel Zeitmanagement haben. Eine Seega Uhr. Jetzt hat das Gefühl mich komplett verloren. Achso, da kann ich auch nur die Einstellung machen, okay. Na dann geh mal schlafen. Ich sollte heute bald ein schöner Essen machen. Und hier liegt mein Taschengeld. In Japan verwalten nämlich eigentlich die Frauen das Geld. Heißt, wenn der Mann arbeiten geht, ist es so, dass die Frau meistens ihrem Mann eine Art Taschengeld mitgibt und er dann halt damit auskommen muss. Oh, da lang! Ja dann, mein Bauchschi! dass ich den reisekatalog mitnehmen darf ich ein magazin hier mitnehmen okay dann gucken wir doch mal fix auf die karte weil wir haben hier echt noch gar nichts verinnerlicht wirklich die apotheke also wir waren jetzt in dem reisebüro apotheke ah da da oben da oben müssen wir dann hin okay das heißt wir müssen vorher abbiegen bevor wir ja ihr wisst schon bevor wir ja 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 bevor wir wir müssen jetzt hier empiegen damit wir zum schäger restaurant kommen zum schenk von china mann die gewonnen da dann dürfte ja noch immer nicht offen ich hätte vielleicht mal gucken sollen da war das klostschild hängt hier vielleicht auch ein ein schild wann die ja wartet da oben hängt es oben zähne um zehn machen die erst auf die sind auch geschlossen kommt wir uns noch ein kaffee vielleicht ist kaffee diesmal nicht so gut kaffee kaffee Hey ihr Delinquents! Eure Röcke sind hässlich Für den Kaiser von China! Mein Gott! Für wen hältst du dich? Für hübscher als du dich! Hm, Bobs Pizza! Mach den Buch erst so ein Dingens auf! Ja kenn ich denn, wie spät ist es? Wuii, die Uhr leuchtet! Äh ich bin zu langsam! Start auf meinen Hintern ihr Mädels! Start darauf! Auch auf einmal ist es offen! Na okay! Dann reden wir mal mit den China-Männern! Das habe ich doch gar nicht erwartet! Gut! 42 43 34 46 39 40 40 40 41 41 Paul 44 41 42 42 43 Kuchka-san-ha-kami-sori, Chita-Teya-san-ha-hashami, Liorrii-nien-ha-ho-chuch ne. Ah, so kak. Nihon-ni-kite-chou-ba-i-sul-chun-ok-jin-da-i-tai-3-tou-ar-u. Mo-to-de-kak-ara-nay,すぐ-chou-ba-i-de-ki-l. So-re-ni-minda-nak-ma, i-lo-i-lo-sih-ter! Chun-ok-jin-sah-gastu-nala, San-tou-n-ki-kik-yolo-shi. Hier sind die drei Leute in diesem Bereich? Toco屋, Maeda. Hitaate屋, ich mache Wappen. Glauben Sie in Manpukken. Toco屋, ich weiß sehr, dass die Leute in China kennen. Toco屋, es gibt auch Rehabilitationen, aber... Der Vater, Riu, hat sich in den Haus geholfen geholfen. Ich habe noch nicht in den Verlangen. Dann sind wir von Maeda und von Itoi. Ja. Entschuldigung, danke. Das ist ein Chinaer. Ich will nicht noch mal über die Chinesen reden. Ich wollte was zu essen bestellen. Ich will nicht noch mal über die Chinesen reden. Ich wollte was zu essen bestellen. Ich wollte doch nur was zu essen bestellen. Ähm... Ich brauch wieder ne Karte. Ohne bin ich dezent auf hier schmissen. Oh, sorry, ich wollte nicht, ähm, äh, ja. Gut, dass ich weiß, wo hier ne Karte steht. Immerhin das hab ich mir schon gemerkt. Wo die Karte steht. Ich merk mir nicht viel, aber die Karte. So. Wollen wir's mal hin. Wir hätten da ehnmal, äh, Manpukuramen. Okay, da hätten wir beim Restaurant da hoch müssen. Und Rios Papier hat ja zugemacht erst mal, weil irgendwas passiert ist. Äh. Ähm... Ich glaube, dann ist da hier nur noch, äh, Barbieremei da. Äh. So, am Ende müssen wir zum Border Dragon. Naja, gut, dann gehen wir zu Manpuken. Naja, gut, ich glaube, wir haben ein Problem. Äh, äh, ich glaube, wir haben ein Problem. Oh, ey, äh. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh-oh. Ich glaube, wir haben's Zeit. Ich spate mich. Wir sind das nicht. Aua, warum verbrügeln die mich trotzdem? Muss ich da mehrmals drücken? Das war doch Revanche. Oh, ich dachte das jetzt ganz normal machen. Okay, Spiel, okay. Okay, Spiel, ist okay. Das darf man jetzt so lange machen, bis ich ihn besiegt habe. Das wär's noch. Das machst du jetzt so lange, bis du das geschafft hast. Ich musste echt nur mal zu drücken. Das war's. Grashalben lieber rausnehmen. Das macht dich nicht hübsch her. Okay. Also wir haben jetzt jemanden verprügelt. Und das war das, was ich vorhin meinte mit dem Quicktime Event. Das ist jetzt nicht hier. Ne, das ist Snacklinder. Das ist Karaoke Nanna. Manpukenramen. Das ist aber geschlossen. Die machen erst um 5 auf. Okay. Dann sollten wir jetzt mal gucken wegen Maida. Maida. Papier Maida haben wir da. Und Mary's auf. Ne, ja. Muss ich jetzt einfach den Weg dann nochmal um. Okay. Geht mal hin. Ich hoffe nur, dass mich nicht schon wieder jemand irgendwie anrempeln will, sonst hätte ich ein Problem. weil eigentlich verprügele ich Leute nicht so gerne. Ich bin eigentlich eher so der Typ von wegen keine Macht der Gewalt oder so. Bäckerei ein bisschen ein bisschen Und das war ein bisschen spontan gerade, dass da so eine Szene kam. Ja. 3 Tau? Rieuくん, 3 Tauなんてよく知ってるな Ajiichiの東おじさんに聞きました 前田さんに聞けばわかるって そうか 教えてもらえますか?前田さん ああ、もちろん ハンバーガー屋のずっと先に ファニーベアですね 八百屋さんの先の その先にリュウリハツテンっていう床屋があるんだ 中国人夫婦がやってる 三頭の床屋だよ 東おじさんは しまってるって言ってましたけど そこのじいさんが 入院してるらしいけど 今日あたり退院だって聞いてるよ そうですか じゃあ行ってみます スケピー スケピー ん ん ん ん すげーん ん ん ん ん ん ん すげーん ん ん あん ん ん wasser kalapis Vorzellaner hat nur Busch hier. Och Skipper! Oh, geöffnet! Ja, Mentas? Riu-san. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wie geht es heute? Nein, es ist nicht. Ich möchte mich über die Chinesischen. Du? Ich heiße Hauzuki. Ich heiße Hauzuki. Hauzuki? Ach so. Ich weiß, wer heute Nacht wieder im Flur schläft, Schatz. Sollen Sie schauen? Ich weiß, wer 1000er ist. Und den drü근 gegen Tal, schläftig. Ich weiß nicht, warum man sagt, wie ihr das? Was ich sagen? Ich weiß nicht. Wenn ich 9-Jährige im Flur bist, werde ich sì. Das sind die Hufe, die euch loyalist. Ich bin 80er. Ich war mein Vater. Ich war vor dem, was ich in der Nähe von横浜. Ich bin sicher, dass ich mein Vater. Ich habe mich in den Luft geflogen und habe mich in den Kniemachin. Ich habe mich vieles zu tun, und ich habe mich in den Kniemachin. Ich bin schon gut, oder? Ich bin schon wieder auf die Kniemachin. Ich bin schon seitens der Kniemachin. Ich bin schon seitens der Kniemachin. Ich bin schon seitens der Kniemachin. ich weiß ich war schon mal in diesem park ich weiß nicht mehr wie ich da hinkomme aber wir haben ja hier eine karte so wie kommen wir in den park ja 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 jetzt noch mal gucken auf die nase ja 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 ja